Köln gestern Abend. Egal wo man hinsieht, er ist allgegenwärtig. Auf dem roten Teppich, kurz vor der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises, gibt es in diesem Jahr nur ein Thema. Dirk Bach. Es überschattet den Tag heute und wir sind alle sehr, sehr traurig. Ich hätte ihm sehr gewünscht, dass er uns als Künstler und auch als Mensch noch viel länger erhalten geblieben wäre. Und ich gehe auch mit ein bisschen, muss ich sagen, gemischten Gefühlen hierher heute Abend. Das ist mal so ein Sonnenschein, dieser Mann. Und damit ist die Welt auch ein bisschen kälter geworden. Zuletzt arbeitete Dirk Bach am Berliner Schlossparktheater. Als er vorgestern überraschend nicht zur Probe erschienen war, schaute der Regisseur nach ihm und fand ihn tot in seinem Apartment. Dort lagen Medikamente gegen Bluthochdruck, Herzinsuffizienz und Cholesterinsenker. Auch die meisten Kollegen wussten offenbar nicht, dass Dirk Bach ein Herzleiden hatte. Ja, also er hat offiziell nichts gehabt. Das hätte ich auch nicht. Also ich wusste das nicht. Dass er offensichtlich Herzprobleme gehabt haben soll. Ja, furchtbar ist das. Furchtbar. Die Staatsanwaltschaft bestätigte inzwischen, dass es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe und deshalb auch keine Obduktion. Wann Dirk Bach beerdigt werden wird, steht noch nicht fest. Wohl aber, dass er vielen fehlen wird. Gefeiert wurde hier auf der Aftershow-Party natürlich ein bisschen, aber man muss sagen, nicht so ausgelassen wie in den Jahren davor. Denn die Veranstaltung wurde natürlich überschattet vom tragischen und plötzlichen Tod des Komikers Dirk Bach. Aber sehr emotional auch der Moment, als Frank Elstner den Preis für sein Lebenswerk bekommen hat. Da war er wirklich zu Tränen gerührt, hat auch seine Familie mit in seine Rede eingeschlossen. Und das kam im Publikum wirklich sehr, sehr gut an. Und das kam im Publikum wirklich sehr, sehr gut an.